Moin Moin und damit herzlich willkommen hier zu einem kleinen Tutorial zur Panoramakamera oder auch Pancam gerannt in Halo 3, Halo 3 ODST und Halo 4. Sprich das was ich euch heute zeigen werde, funktioniert in allen drei Spielen 1 zu 1 mit genau derselben Tastenkombination und auf genau dieselbe Art und Weise. Lediglich fehlt bei Halo 4 die Kampagne im Kinomodus, das heißt da könnt ihr euch nur auf die Multiplayer-Karten beschränken. Für die, die es noch nicht wissen, der Panoramakamera ist ein spezieller Kinomodus, der uns erlaubt uns durch die meisten Lärm, beziehungsweise hier in Halo 3 durch sämtliche Level-Barrieren durchzuglitschen. Und ich zeige euch heute einfach mal, wie wir das hier in Halo 3 machen. Ihr habt vielleicht schon das Tutorial aus Halo Reach gesehen, da ging es allerdings ein klein bisschen anders, deswegen machen wir das heute nochmal. Wir gehen jetzt einfach ein benutzerdefiniertes Spiel aus, ist irgendwie egal, am besten ist irgendeine Karte, wo ihr ins Weite nichts hineinspielen könnt, also nicht irgendwas, was innerhalb von Räumen ist, wie Isolation oder kaltes Lager. Wir nehmen einfach mal Wächter stattdessen, da wir hier irgendwie in den weiß-grünen Nebel reinspringen können. Und bevor wir jetzt das Spiel starten, kommt noch das Allerwichtigste. Dieser Glitch oder dieser Modus funktioniert nur, wenn ihr lokal, beziehungsweise über Systemlink spielt. Also sprich, ihr müsst euer Netzwerk noch einmal umstellen, denn solange wir hier auf Xbox Live spielen, funktioniert dieser Glitch nicht, beziehungsweise dieser Kameramodus und, ja, das wäre nicht Sinn der Sache. Ihr merkt auch ziemlich schnell, wenn ihr ganz vergebend die Tasten drückt, dass ihr, ja, kein Ergebnis dabei seht. Zudem solltet ihr die Tasten auf Standard eingestellt haben, also die Tastenbelegung nicht auf Bumper, Jumper oder irgendwas Ähnlichem, da es nicht um die Tasten, sondern um die Aktion geht, die ihr drückt und die verändern sich natürlich. Und ich gebe euch das Ganze heute mal zur Standardbelegung an. So, wenn wir jetzt das Spiel gestartet haben, müssen wir einmal die erste Tastenkombination für die Koordinaten eingehen. Das wären die beiden Analogsticks, beide Bumper und A gedrückt halten und dann einmal noch das Steuerkreuz nach oben. Das Ganze für drei Sekunden ungefähr gedrückt halten und danach seht ihr hier oben diese Koordinaten. Ich hoffe, ich habe euch das nochmal hier schön eigentlich eingelegt im Bild. Und wenn ihr jetzt nochmal beide Bumper bzw. beide Bumper, beide Analogsticks und gedrückt haltet und das Steuerkreuz nach links einmal antippt, könnt ihr jetzt hier zwischen Normal und PanCam rumswitchen. Das können wir ein paar machen, können wir an- und ausschalten, aber wir sollten es letztendlich bei PanCam lassen. Mit der gleichen Tastenkombination und der Steuerkreuz-Taste nach unten gedrückt halten, können wir jetzt hier die Waffe noch ein bisschen absenken. Das ist ganz praktisch, wenn man Machinima-Videos machen will, aber das wollen wir heute nicht. Und wir stürzen uns jetzt hier einfach mal in den Tod. Ich habe jetzt hier im Spielmodus extra schon mal eine recht hohe Generierungszeit eingestellt. Das solltet ihr auch unbedingt machen, also 13 Sekunden sollte jetzt wirklich reichen. Man kann gerne auch noch mehr machen, einfach damit der Körper von uns auch wirklich verschwindet, damit wir gleich im Kinomodus keinen festen Fixpunkt mehr haben, zu dem man uns zurückschicken könnte, während wir gegen irgendwelche Levelbarrieren prallen. So, das Ganze machen wir noch sicherheitshalber ein zweites Mal. Und nachdem wir jetzt hier die PanCam aktiviert haben in einem benutzerdefinierten Spiel, ihr könnt das Ganze natürlich auch in der Kampagne machen. Wichtig ist einfach, um gutes Material zu bekommen, dass ihr euch irgendwie in den Tod stürzt und möglichst euren Körper verschwinden lässt. Das ist in einigen Kampagnen-Leveln ein bisschen schwieriger und auch auf einigen Multiplayer-Karten, auf der hier funktioniert, ist das ganz gut. So, wenn wir das Ganze jetzt gemacht haben, können wir das benutzerdefinierte Spiel beenden. Also, ich habe jetzt hier heute einmal den PanCam-Glitch oder den Modus aktiviert und gleichzeitig auch noch ein bisschen Material sozusagen dafür aufgenommen. Wie gesagt, ihr müsst euch wirklich einmal in den Tod stürzen und möglichst euren Körper verschwinden lassen. Dann ansonsten werdet ihr nachher bei der PanCam, wenn ihr euch versucht, durch Levelbarrieren durchzuglitchen, sehr schnell wieder zu eurem Ursprungsort beziehungsweise zu eurem Spieler, dem Master Chief oder eurem Multiplayer-Sparten zurückgebracht und kommt nicht durch die Levelbarrieren durch. Wir gucken uns das Ganze jetzt nochmal im Kino hier anschließend an, denn letztendlich ist das Kino hier das, wo die eigentliche Magie stattfindet, wo die eigentliche PanCam stattfindet. Das Problem ist jetzt, wir haben eine andere Tastenbelegung. Wir gehen jetzt mit den Schaltern hoch und runter und guckt es euch einfach mal selbst an. Wir können mit dem Steuerkreuz unsere Geschwindigkeit auch regeln, indem wir hoch oder runter drücken. Ich habe die jetzt hier ein bisschen hoch eingestellt, wie ihr gerade auch schon merkt. Ich zeige es euch nochmal hier, dass wir jetzt ein bisschen runter gehen einfach. Die Koordinaten sind halt erstmal in einem dreidimensionalen Distriktur-Koordinatenkreuz aufgeteilt. Vor dem ersten Backslash danach seht ihr eure Kamerakoordinaten, das heißt einmal 360 Grad um euch herum auf der X-Achse und einmal knapp 90 Grad nach oben oder nach unten auf der Y-Achse. Und zu guter Letzt habt ihr dann noch einmal eure Geschwindigkeit. So, wir müssen uns jetzt hier, wie gesagt, da wir nicht mehr vorspringen können, einfach mal angucken, wie wir hier das Ganze machen und uns in den Tod stürzen. Und auch noch ein bisschen warten. Wie gesagt, es ist immer praktischer, wenn ihr ein bisschen länger wartet, einfach damit euer Körper verschwindet. Es kann auf einigen Kampagnen-Karten echt eklig sein. Manchmal funktioniert es auch, wenn der Körper noch da ist. Aber es ist immer rasamer, das zu machen, wenn der Körper verschwindet. So, und ich habe jetzt gerade ein bisschen zu lange gewartet. Ich wollte im letzten Moment auf Pause drücken, habe jetzt aber zu lange gewartet. Und wir müssen natürlich jetzt hier, kurz bevor die Generierungszeit auf Null geht, einmal auf Pause drücken, damit wir nicht gleich wieder generiert werden, sondern den Pancam-Glitch jetzt endlich nutzen können. Das haben wir jetzt auch mal gemacht. Wunderbar. Und wie wir sehen, können wir jetzt hier schon eigentlich ein bisschen freier rumfliegen, als man normal im Kinomodus kann. Aber wir haben immer wieder stückchenweise ein paar Level-Barrieren, die uns am Weitergehen hindern. Und deswegen drehen wir jetzt einfach mal unsere Geschwindigkeit auf und versuchen einfach hier aus der Karte auszubrechen. Indem wir jetzt einfach mit den Schaltern hoch und runter gehen. Ich würde euch empfehlen, das wirklich über die Schalter zu machen, weil ihr dann nur die Z-Koordinaten sich verändern, äh, die Y-Koordinaten sich verändern sehen. Ähm, und ihr könnt euch relativ einfach wieder orientieren, wenn ihr aus der Karte rausgekommen seid, wie jetzt. Jetzt seht ihr gerade, sind wir ziemlich weit überhalb der Karte hier. Ähm, und wie wir auch gerade sehen, haben wir auch einige Glitches beziehungsweise Bugs im Rendering. Was natürlich klar ist, weil ich meine, hier oben sollte man niemals hinkommen und dass hier irgendwie nichts mehr ordentlich gemacht ist, das ist verständlich. Wir sind im Zweifelsfall sogar schon fast außerhalb der eigentlichen Kuppel der Multiplayer-Karte. Denn, äh, alle Karten hier in Halo 3 sind innerhalb einer, so sozusagen, Halbkugel aufgebaut. Und, äh, da ich jetzt allerdings hier nur mit den Schaltern nach oben und unten gegangen bin, können wir jetzt einfach unsere Geschwindigkeit wieder ein bisschen runterstellen. Wir sind jetzt wesentlich weiter drüber und fliegen jetzt einfach ein bisschen weiter runter, bis wir endlich wieder in der eigentlichen Kuppel, wie wir hier auch gerade an diesem wunderbaren Kreis da unten sehen, äh, sind. Und jetzt sehen wir unter uns auch gleich wieder die eigentliche Multiplayer-Karte. Das ist immer ganz herrlich anzusehen, wie klein eigentlich die ganzen Karten sind. Also da unten, das ist der Wald und da ist die kleine winzige Karte. Ähm, gerade im Vergleich dazu, wie riesig die ganze Umgebung hier ist, diese riesige Halbkuppel. Und, ja, man kann sich das hier einfach mal ein bisschen von weiter weg betrachten. Ich muss sagen, die Multiplayer-Karte, die wir uns heute angeguckt haben, beziehungsweise allgemein Multiplayer-Karten, haben meistens nicht so viel anzugucken. Aber ich hoffe, äh, das Video heute hat euch trotzdem gefallen und, äh, ihr könnt das gerne selbst nochmal ausprobieren. Falls ihr noch weitere Fragen habt, schreibt es in den Kommentaren. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, liked es und, äh, wenn ihr wollt, können wir auch gerne noch einmal oder ein paar mehr mal ein paar Ausflüge in der Panorama-Kamera machen. In dem Sinne, Leute, schonmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich zeige euch jetzt einfach noch ein bisschen hier von der Multiplayer-Karte. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, liked das Video, abonniert den Kanal, damit ihr nächste Folge nicht verpasst und schreibt mir gerne nochmal, ob ihr noch mehr sowas sehen wollt. In dem Sinne nochmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es hat euch gefallen.